Für den Lernjob Coding for Teachers habe ich hier einige Übungen entwickelt. Die findest du im Anhang im Lernjob unter JavaScript-Übungen. Da mal herunterladen, mit dem Schreibtisch speichern und dann gerade entpacken. Da bekommt man diesen Ordner hier mit den vier Aufgaben und den dazugehörigen Übungen. Die kann ich jetzt im Chrome-Browser, ich werde das jetzt im Chrome-Browser zeigen, weil dort ist eine ganze Entwicklungsumgebung eingebaut. Unter weitere Tools, drei Punkte hier, weitere Tools, Entwickler-Tools und muss dann als erstes diesen Ordner hier hinzufügen. Schreibtisch, da was gibt Übungen, auswählen und dem Browser erlauben, dass er das öffnen kann. Wenn bei dir dieser Teil hier nicht erscheint, musst du zuerst auf Sources, vielleicht auch auf Quellen, ich weiß nicht, in welche Sprache bei dir eingestellt ist, wechseln. Dann kannst du das hier auswählen. Ich habe hier jetzt, als Beispiel kann ich mal die Aufgabe 2 Notenrechner Pro zeigen. Klappe ich mal auf, doppelklicken, öffnet sich hier dieser HTML-Teil und wenn ich die Datei hier packe und nach oben die URL ziehe, mit der Eingabetaste abschließe, bekomme ich eine Vorschau, oder diese Datei, ich kann sie direkt anschauen, im Browser. Dann, wie ist jetzt die Idee, das zu bearbeiten, ich gehe da, schaue mir die Datei an, fange von oben an zu lesen, dass ich mich in Styles, also Formatierungen definiert, dann gibt es immer so Kommentare mit Hinweisen, ein bisschen, dass man nicht versteht, was passiert und da steht jetzt, öffne die Datei im Editor und löse Übungen 1 bis 5. Das habe ich schon gemacht, das Öffnen und die erste Aufgabe wäre hier, ich muss eine Inputmöglichkeit eröffnen, gibt es im Moment erst Maximum und da braucht es noch eine für die Punktzahl, die erreicht wurde. Okay, das ist in diesem Fall relativ einfach, ich kopiere hier diesen Input Maximum, füge den unten ein, da nach dem ersten, und muss jetzt eigentlich nur noch überall, wo Maximum steht, erreicht, erreicht ersetzen, das weiss ich halt schon, du musst wahrscheinlich ein bisschen länger überlegen, und kann jetzt, wenn ich das abspeichere, mit Ctrl-S, genau, kann ich hier die Seite nochmal neu laden, mit dem Reload-Button, jetzt kommt hier schon, die erreicht, die eine Möglichkeit, die erreichte Punktzahl einzugeben. Genau, so geht es dann immer weiter, jetzt macht man da natürlich immer wieder mal Fehler, zum Beispiel kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen HTML tippen musst, und da machst du dann einen Fehler, zum Beispiel am Anfang den ersten Teil von diesem Text, jetzt hier param, und hinten schließt du dann mit Schrägstrich p ab, das wird einen Fehler generieren, darum ich kopiere es jetzt mal, und habe jetzt eben hier, diese zwei Links, den Validator, wenn ich da draufgehe, kann ich bei Direct Input, kann ich das einfügen, und checken lassen, und dann bringt mir der Validator hier sofort einen Fehler, dieses Element, das ist nicht erlaubt, das gibt es nicht, und hier, da gibt es keinen öffnenden P dazu, also Paragraph, das heißt, ich muss hier das einfach korrigieren, indem ich da das Param im P umbenenne, speichern, und alles auswählen, kopieren, nochmal einfügen hier, neu checken, und jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr, also so kann man HTML Fehler finden, also Fehler, die man im HTML gemacht hat. Wenn man Fehler im JavaScript Code macht, kann zum Beispiel mal hier unten in der Funktion Update, da soll ich eine Aufgabe erledigen, hier, Fehler machen, ich finde eine neue Funktion, Test, Speicher wieder ab, kopieren, da muss ich gar nicht, ich muss jetzt die Seite neu laden, aber damit ich die Fehlermeldung sehe, muss ich hier unten dieses Panel öffnen, auf Coverage klicken, und Konsole wählen, unter Umständen ist das bei dir schon auf, dann muss das nicht tun, aber ja, und jetzt die Seite, die habe ich abgespeichert, mit der Änderung, die Seite neu lade, sehe ich, gibt es hier einen Fehler, Test is not defined, also ich habe da eine Funktion verwendet, die es nicht gibt, also kann er hier nicht weitermachen, gibt auch so ein rotes Kreuz, da findet man es recht schnell, dass da ein Fehler passiert ist, könnt ihr das jetzt flicken, oder einfach auskommentieren, und nochmal probieren, Seite neu laden, und jetzt gibt es diesen Fehler nicht mehr, so findet man Javascript Fehler, also Fehler, die im Javascript gemacht wurden, dann möchte ich noch etwas zweites zeigen, ich werde dafür die Musterlösung öffnen, das ist jetzt das fertige Produkt, das mal öffnen, um das noch zu zeigen, das fertige Produkt, und daraus möchte ich jetzt ein Bookmarklet machen, du kennst das schon von meinem Countdown, da ist er schon, das sieht man hier, das ist direkt die ganze HTML-Seite in diesem Lesezeichen hier abgelegt, ich kann das starten mit 42 Sekunden, jetzt macht es da den Countdown, das ist ein Bookmarklet, das ist nirgends auf einem Webserver oder so, sondern direkt in der Adresszeile, und weil ich es als Bookmark abgespeichert habe, oder eben Lesezeichen oder Favorit, je nachdem, wie es bei deinem Browser heisst, kann ich es jetzt von überall aus, wo ich Zugriff auf meine Lesezeichen habe, direkt ausführen, weil ich mit Firefox arbeite, ist es bei jedem Rechner, wo ich beim Firefox-Browser angemeldet bin. Wie kann ich das jetzt machen? Dafür muss ich zunächst mal diese HTML-Seite verkleinern, das mache ich mit dem HTML-Minifier, kopiere da eben diesen ganzen HTML-Code, füge ihn hier ein, klicke auf Minify, und bekomme jetzt von diesem riesigen Dokument eine einzige Zeile, die wurde mir auch gerade ins Clip-Ford, also in die Art Zwischenablage kopiert, die kann ich jetzt oben in die Adresszeile einfügen, und bevor ich weitermache, muss ich noch einen kleinen Teil ergänzen, dieses Data, Doppelpunkt, Text, HTML, und das Komma am Schluss kopiere ich dafür, ohne die Klammern, und füge das noch vorne ein. Jetzt kann ich die Eingabetaste drücken, und jetzt wird mir direkt im Browser diese HTML-Seite angezeigt, ohne dass ich eine Datei öffnen müsste, oder auf einem Web-Server, diese Web-Seite ablegen. Jetzt kann ich sie hier im Browser direkt auch brauchen, ihr seht, wenn ich hier die Zahlenwerte ändere, wird da gerade die Note neu ausgerechnet, ich kann auch hineintippen, 12, es gibt mir 2,5, oder wenn ich die Punktzahl auf 16 ändere, die maximale, wird hier unten auch diese Liste, bei 5 Punkten gibt es 2,6, 5, 6, und bei 13.5, 06 die Note, also es wird dann so automatisch im Browser gemacht. Ich mache jetzt einen Bookmark daraus, sage dem PHTG, Noten, Note, so ein paar Schlagwörter, was ich schnell finde, und wenn ich den Tab zumache, ein neues aufmache, und jetzt den Notenrechner eingebe, erscheint hier automatisch in meinem Lesezeichen der Notenrechner Pro, und den kann ich jetzt verwenden. Gut, dann viel Spass beim selber ausprobieren.